Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Itemshop sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gucken den Itemshop vom 31.07.2019. Wir haben einen neuen Emote drin, aber wir fangen auf der linken Seite an mit dem Bach hier, den haben wir gestern schon gehört. Und ein Gameplay dazu. Können wir oben in der rechten Ecke schauen, beim i verknüpft. Ja, also die hat eine Benutung von 3,5, äh 3 von 5 bei 9 Worts, 20 Reminders. So, jetzt kommen wir zur Aura. Für 800 V-Bags. Wie viel gibst du da? Ähm, ja, ein bisschen schwer. Äh, ich finde sie nicht so prickelnd, 6 von 10. Von mir kriegt die 4 von 10. 4,41 von 5 bei 54 Worts, meistens beim 8. Mai 2019 ein Schock gewesen, sondern 3 mal und 100. 72 Reminders. Wir waren dieses letzte Mal drin. Vor 50 Tagen. Vor 50 Tagen. Oh nie. Dann kommen wir zum Gilt. Ja, ich traue mich, da kaum eine Wertung abzugeben. Ähm, den finde ich ein bisschen besser gekriegt von mir, 7 von 10. 5 von 10. 2,3,71 von 5 bei 24 Worts, erst mal 8. Mai 2019 ein Schock gewesen, seitdem 3 mal und 24 Wormand. So, wir kommen zu Kunia. Wie viel gibst du denn da? Ja, diese Manga-Style-Outfit da. Ähm, hinten ist Backpack, finde ich eigentlich ganz cool. Sind ja dann später dann auch die Picken draus geworden. Ähm, ja, pickt von mir 7 von 10. Von mir 9 von 10. 4,38 von 5 bei 61 Worts, erst mal am 16. März 2019 ein Schock gewesen, seitdem 6 mal und 118 Reminders. 118 Reminders, okay. Kenji? Kenji? Auch 7 von 10. 8 von 10. 3,36 von 5 bei 39 Worts, erst mal am 16. März 2019 ein Schock gewesen, seitdem 6 mal und 34 Reminders. Clown. Äh, 7 von 10. 7 von 10? Ja. 3,89 von 5 bei 9 Worts, erst mal am 19. Juni 2019 ein Schock gewesen, seitdem 2 mal und 35 Worts, erst mal am 12. April 2019 ein Schock gewesen, seitdem 4 mal und 23 Reminders. Dann kommen wir zum, äh, McWaffle. Also, ja, mich wundert, den hat man ja, äh, den hat man ja auch in der Weltmeisterschaft gesehen, ne? Ja, Ninja. Ninja hat den gehabt? Team Ninja. Team Ninja, ich finde den grausam. Nach wie vor, grausam von mir 2 von 10. Von mir auch 2 von 10. Ganz schlimm. 2,93 von 5 bei 57 Worts, erst mal am 17. Februar 2019 ein Schock gewesen, seitdem 7 mal und 35 Reminders. Dann kommen wir zum Spähspezialist, zu Spähspezialistin. 5 von 10? Ich weiß, mega beliebt. Ich weiß, aber... 7 von 10. 4,04 von 5 bei 81 Worts, erst mal am 26. November 2017 ein Schock gewesen, seitdem 40 mal und 110 Reminders. Dann kommen wir zum Forkknife. Ähm, kriegt von mir 5 von 10. Von mir 3,29 von 5 bei 14 Worts, erst mal am 15. Juni 2019 ein Schock gewesen, seitdem 2 mal und 34 Reminders. Dann kommen wir zum Tanz-Therapie. Das war die Bratwende, da war das, glaub ich. Tanz-Therapie. Mega-Kultik, das Teil für 800 Wibugs, 10 von 10. Bei mir auch. 4,38 von 5 bei 55 Worts, erst mal am 30. August 2018 ein Schock gewesen, seitdem 12 mal und 14. Dann kommen wir wieder zum Holoscan. Hammergeil, für mich eine der geilsten Lackierungen überhaupt im Spiel, 10 von 10. 10 von 10? Ja. Von mir auch. Vielleicht hab ich mich auch gekauft, glaub ich hab da auch ein Frodo-Count. 5 von 5 bei 7 Worts, erst mal am 18. Juni 2018 im Schock gewesen, seitdem 2 mal und 30 Reminders. Dann kommen wir zum 9-Motiv-Pfeffer. Also er hat sofort, als er das gesehen hat, war es sofort in seinem Element. Er fand das Ding mega cool. Ich find's schrecklich. Also was heißt schrecklich inzwischen? Oh Gott. Fortbewegungs-Emote. Packe ein wenig Schwung in deinen Gang für 500 Wibugs. Oh Gott. Oh Gott. Ja gut, vorbei. Inzwischen hab ich mich schon fast dran gewöhnt. Oh nein. Oh nein. Krieg von mir, äh... Vorher sofort hier total durchsteht. Oh Gott. Sag du mal, was gibt's denn mit dem? 10 von 10. 10 von 10? Oh Gott. 7 von 10. 3,67 von 5 bei 3 Worts und 6 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Use uns dann sofort, create a code, sofort bleich, stelle ich auf. Bis dahin, hab noch einen und tschüss.